Oi! Kannst du nachladen? Komm dahin sind die Tote, komm weg hier. Komm weg von dem Tor. Brummt er die ganze Zeit bei dir. Hat er dich gesehen? Raus dir, komm hier nach, hier nach! Komm raus! Er kommt, er kommt hier rein! Er ist weggefallen! Was? Er ist weggefallen! Es kommen zwei andere! Raus hier! Raus hier! Tote, komm! Tote, komm! Die darf! Stell still! Mach los! Wo sind die Hoden? Warte, ich komm zu dir! Den Hoden, komm! Ah! Wo ist die denn? Die kommt gleich da durch, die Tür durch! Nö! Warte! Schockermolition! Oder die ist wieder ganz weg! In die Innere! Abente! Alles scheiße! Oh, Schockermolition! Ganz dringend! Schockermolition! Schockermolition! Komm her! Brauchst du Chemikalien? Simpel Badage! Ich kann grad nicht! Brauchst du Chemikalier? Ja! Damit kann ich Badagen-Craften! So, dann komm her! Wieder rein! Nicht was hinter dir! Ne Waffe! Ey! Die hab ich weggeschmissen! Hör auf! Ich hab eh keinen Platz mehr! Oder? Nimm, nimm, nimm schon egal! Wie groß die sind! Ich hab keinen Platz mehr! Warte kurz! Äh... Guck mal, groß! Ey, wie riesig! Ja, ich hab nicht gesagt, die sind groß! Hoff dich! Oh ne, ich brauch wieder Klamotten! Close! Brauch ich wieder! Ja, guck im Haus nach! Pass auf die Toten auf! Lass mal nächstes Haus versuchen! Komm! So, come on! Ich hab... Close! Rack! Ja, ein! Close, Rack! Ne Bombe! Versuch mal die Close-Rack ausminder zu bauen! Vielleicht kriegst du ja einfach was! Ich hab ne Bombe! Ich hab ne Bombe! Ich hab 12% tatsächlich getötet! Hier ist ne Bombe in der Hand! Ich glaub, das ist ein anderer Spieler! Also, hilf uns! Wo wollen wir in ein Haus rein? Komm in ein Gebäude rein! Toter Zombie kommt! Lenk ihn ab! Was? Hättest du nicht machen sollen! Ich hab ihn gehabt! Hör auf zu schießen! Hör auf! Warte, warte, warte! Ich hol den Ram! Nicht schießen! Nicht schießen! Ach! Ab mich, ich! Noch keine Leben verloren! So, ich hab mir tot gemacht ohne Leben zu verlieren! Ach du Scheiße, ich vergebe darauf fliegen. Ich habe Hunger. Ich habe kein Leben, nur ganz wenig Leben. Ja, komm her. Bei anderen Spielern bin ich gestorben. Killing by... Das ist ein Name. Bei anderen Spielern habe ich umgebracht. Wie soll ich entscheiden, wo ich spawnen will? Wie will denn jetzt das Game denn? Da habe ich auch keinen Bock mehr aufs Game. Ich hau jetzt ab. Nimm meine Sachen mit. Da hat man gute Sachen drin. Hallo, nimm meine Sachen mit. Marcel! Das war ja klasse. Ja, genau. Ich bin nämlich durch die Scheiß Invaktion gestorben. Wo war das hier rein? Und wegen dir bin ich jetzt gestorben. Toll gemacht. Hallo! Wo ist meine Sachen? Wieso ist das wichtig? Wo bist meine Sachen? Das hat so nichts Blöd, oder? Ja, Sachen, ja. Die Sachen liegen da hinten. Ich bin viel langsamer als ich, wie kann ich dich reinlegen. ich bin nicht für Ausdauerbrüste, weil ich nur Level 1 bin. Fendig oder Sack? Schaffst du. Schaffst du jemals. Komm, lauf weg. Ich sterbe ich ihm jetzt. Komm, lauf weg. Ich sterbe ich ihm, es ist Miohäger, ich hab ja eh nichts. Komm weg. Komm, lauf weg. Komm, lauf weg. Komm, lauf weg. Komm, lauf weg. Mach die alleine tot. Ich hab gesagt, ich hätte die geschafft. Warum holst du die ran? Die kommen automatisch. Ach ne, ich bin eh gerissen. Das ist eh geiler. Ich hol mir den hässigen Neger. Ich hol mir den hässigen Neger, ey. Ich hab deine ja fast in Herausforderungen betrend. Er ist primo gehört, Access An improve. Phone sich im Hintergrund. John noch nicht so schnell geht. Ich habe die Arbeit nicht da, er ist Chance. Töne Musik. Ja Mai. Ja. So, dann lass uns mal. Ich hab' sich den angehört, Alter. Was? Wir haben die sich den angehört. Hast du das Quietschen gehört? War laut? Ja. Ich weiß immer noch, Scheiße. Was? Ja, das war ich die ganze Zeit. Wie haben die sich angehört? Ja, total verpackt war irgendwie so. Also, das war ich mit dem Stuhl. Ach so, das sind ja noch Spieler. Ne, das war mein Stuhl. Das war dein Stuhl. Hast du Aufnahme an? Ja, ich hab aber nur 3 Munitionen, ne? Ja, wir versuchen, come on. Der ist neuer Server, ein anderer Server. Viel ist da ja einfacher. Obwohl das eigentlich dasselbe Spiel ist. Guck mal, hinten ist ne Farm. Wird's mal meine Spikes reinlaufen? Ne, komm, mal hinten ist der Trade! Ein Wohnwagen, da! Ja, da bleib단 sich die Kneisse ab. Also, wenn du Schotgang, Ich hab nur ne V. Also, wenn du Schotgang find, wenn du Schotgang-Monition find, das kippst du mir, mit dem sie auf dem Boden. Laub einfach schnell vorbei, ich schiefe einfach ab, ich hab 3 Munition, das sind 2 Gegner. Ich hab doch, wenn du Schotgang-Monition suchst, ey! Moment mal, wenn du, warte mal! Such Schotgang-Monition! Ja, ja, wenn du schiehst, dann kommen sie auch hoch. Lass uns nach! Guck, ob sie kommen. Komm nicht, mach, mach, komm nicht. Ich seh das. Ja, ja. Was tut denn? Ja, warte Gott, Shotgun-Shield. Ich hatte grad einen Server-D-Aufgehängt, weil du die ganze Zeit wieder laufen bist. Nee, aus. Hast du Shotgun-Munition? Hier ist neid. Warte, die brauch ich, die brauch ich. Oh. Ich kann jetzt was lernen. Leuchttuche. Gartenleuchte. Leuchte. Toll, ich brauch einen neuen Rucksack. Ich hab einen Kack. Warte mal, ich entlärme erst mal was. Da komm, wir sind. Dahinten sind Tor und Tor. Und? Das nächste Camp ist gar nicht so weit weg. Einmal geradeaus. Wo sind die Shotgun-Munitionen? Wo sind die Shotgun-Munitionen, die du gesagt hast? Können wir haben. Ja, ich brauch' ich. Und dann komm, mach Trade. Warte kurz. Ach, scheiße, das geht nicht. Okay. Hier. Hier. Aber nur die. Das reicht. Was zu Pipee? So, was sagt das hier im Drücken? Der Honor's Player can carry it. Oh, wie verarschend. Dann nimmst du eben... Was heißt das? Ja, dass es zu schwer ist. Nimmst eben noch dieses Dings hier. Du sollst mir wahrscheinlich nicht so sehr mitgeben. Ich hab ganz viele... Abzektieren. Ganz Farben aufgesammelt hier. Abzektieren. Was ist das? Ja, leg das weg. Das ist scheiße. Das ist... Das bricht... Das ist richtig schwer. Ich krieg das nie mehr weg. Ich krieg das nie mehr weg. Mal abbrechen. Nur wegschmeißen. Mach jetzt. Das ist doch wie eine Scheiße. Egal. Hast du da weggeschmissen? Egal. Mach jetzt. Mama, ey. Du willst ja was los. Trade. Du hast gesagt, du willst bald los. Und jetzt geh auch. Oh, nee. Bleib mal ruhig. Nee, du sagst ja, du gehst ja bald. Bleib mal ruhig. Ich hab mir das weggeschmissen. Nee, lass das bei dir. Ja, will ich ja. Was? Ach, ich zieh ihn rücken. Komm, schau wieder. Hä? Nimm mal das Ding da weg. Nimm mal deine Dinger da weg. Ich hatte keinen Platz mehr. Ja. Ja, dann schmeiß mal irgendwas weg. Aua. Ja, schmeiß mal was weg. Gieß mir Schaden. Ja, geht automatisch. Scheiß Player. Nein, leuchtet ich dir auch gleich. Schieß dir gleich ein Headshot. No, jetzt schmeiß noch was weg. Ich geb dir gleich ein Headshot. Hallo, es geht automatisch mit der Maus. Was mir diesmal ernsthaft schaden, wie viel. Ich hatte roten Screengrad. Das ist doch echt Schaden ab. Nein, ist dein Körper immer noch ganz rot? Hä? Dein Körper, dein Mensch. Ja, aber nur noch die Beine. Nur noch die Beine. Was mir Schaden zugefügen. Hallo, jetzt kannst du... Kannst du mal traden? Wenn du nur noch die Beine hast, bist du tot. Fast. Ey, wo kommt das her? Was willst du da traden? Was willst du jetzt mit der Trap? Trade jetzt mal. Ich hab keinen Platz mehr. Warum hast du die aufgestellt? Weil ich keinen Platz mehr hatte. So. Wenn das Schlag rollt. Komm, mach. Wenn das wieder nicht geht, dann hast du den Server. Geht. Was möchte ich da reinlaufen? Schau mal. Nee, krieg ich Schaden. Hier, komm. Du weh? Die geht... Ja, die sind hochgegangen, aber mir ist nichts passiert. Hör auf. Du weh? Nö. Ab zum nächsten Mal. Komm, wir abbauen? Nee. Sie kommen jetzt müssen wir... Hier ist nochmal Munition, nochmal Munition. Lass mich ein, damit. Ey, Mann. Oh, scheiße, warte. Was ist damit, was ist damit, was ist damit ein? Nee, legst auf Boden. Man, du musst einfach... So, da schick. Nö, Mann. So, ich hab' eingedammet. So, los. Ja, komm. Du weißt, wo es ist. Hier lang. Ich hab' ich. Los. Das hat 10 Nackt gedient. Ich hab' 6 von 6 Munitionen, also ich hab' ne... Oh, ich hab' trinkdurst. Brauchst du wieder was zu trinken haben? Ja. Ich hab' nix, glaub' ich, mehr. Ich hab' auch nichts. Dann komm. Wahrscheinlich bist du auch deswegen gestorben, weil du kein Essen mehr hattest. In der Stadt. Und kein Trinken. Da hält sich schon eine komplett. Nein. Da fährt einer mit Auto. Da fährt einer mit Auto. Da war einer gerade. Hallo. Wut zugegeben, doch ein Auto in den Server. Darf ich mal anstehen? Das überlebt sie nicht. Das ist sicher. Da fährt man nicht mal ein Tore. Das überlebt sie nicht. Da fährt man ein Tore. Ne, der Stadion. Ne, der Stadion. Ne, der Stadion. Ne, der Stadion. Der Stadion. Siehst du ihn? Ja. ich kenne ab. geben hat warte warte ich will mehr als erwerbliche damit macht die hier stehen drei tue hier steht drei tue drei stück zwei stück war mal ich hol den toten mal her ich hab Ex-Munition, ich hab Ex-Munition, ne? so, warte, warte, der Tote kommt der Tote kommt hallo doch, oh, fails so, komm jetzt was, warte, da kommt eine Oma ja, lass mich, du musst halt bitte schieß das ist jetzt niemal besser ja, es ist schwer, wenn die sich bewegen zwei Zombies, komm ich hatte noch zwei Munition, ne? einer ist aufgestanden, einer kommt komm, komm er kommt, er kommt äh, 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 warte, jetzt, lange, ran so nah, wie es geht so ja, jetzt kommt wieder einer, einer kommt noch hä? der Tote kommt noch weil ich... wir sind fallen wir sind fallen ich höre ihn hier ist ein Rucksack da haben wir alles einschnell aber, dass es ganz höher kommt ich höre ihn ich höre ihn er kommt, er kommt, er kommt, er kommt er zu uns? weil ich hab Schotka-Munition ich hab Schotka-Munition ich muss nachladen ich hab' ich hör' welche er leitet nach, er leitet nach wir müssen das Camp machen, wir sind noch gar nicht wieder da drin, ganz komm her, komm her, komm her, komm her, du Neger ist ein Polizist ist tot ist tot der Polizist warte, hier Schotka, nicht einer, nicht einer kommt Polizist am Boden auf geht's weg, ey Polizist schau mal rein vor dir so ja, eine Bandage Alter, geht weg, ihr scheiß Nigga Kompass ich höre schon wieder einen Kompass oben drin ist ich höre die Schuhe wieder, ey, die hören einfach ich hab' noch was zu trinken, hast du Durst? ich hör' schon wieder Zombies ich hör' schon wieder Zombies ich hör' schon wieder Zombies noch was zu trinken für dich da willst du Essen haben hier Zombies warte mal eben hier, lernen das hier, lernen das hier, lernen das du hast du Durst oder Essen? du hast ich hab' Durst du hast du hast du was zu essen oder Durst? Durst 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 du hast hier da Minibox von Ede Alter hör' schon aus, hör' schon aus den Zombies ich schnell' dir jetzt ab, Alter komm' ja, du abgelaufene Oma komm' ja, Ehle 2.1 wo sie denn? da stehen wieder welche komm' hier sind Pfeil aufgestellt ich kann nichts mehr tragen ich hab' immer da voll meins bat der in der Welt fest ich hab' Level 4 Backpack gib' mir einen anderen ab, hast du noch ein Level 2 oder so? warte, da kommt Zombie hey wo denn? Hallo warte, 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 warte ich muss das wegwerfen wo hab' ich jetzt viel Platz? hast du noch einen zweiten Backpack? welches Level ist deiner? eins wie soll ich den lieber nehmen, der ist gut für mich hast du ein Level 2er oder so? nee start twerking like Raleigh oh yeah twerking like Raleigh don't pop it like Raleigh du warte das ist ja du warte warte du warte Vielen Dank.